Und als kleines Dankeschön habe ich für dich ein Geschenk. Heute war hier große Programmmkonferenz des ersten deutschen Fernsehs, in dem die beiden Spielfilme vorgestellt wurden, die wir nächstes Jahr zeigen. Und ich habe für dich ein Geschenk bekommen. Ich musste es dem verantwortlichen Macher aus den Händen reißen. Es gab nur 100 davon und diese T-Shirts waren gefragt wie noch was. Und zwar ein... Schöne Farbe. Ein absolut schöne Farbe. Capra. Nennen Sie sich die Farbe. Capra. Sieht das nicht eher braun aus? Ja, Capra. Ist die Fashion-Abkürsel für kackbraun. Ach so. Ein Crew, ein Mannschafts-T-Shirt von Sturm der Liebe. Das ist allerdings geil. Danke. Hat nicht jeder. Vorsicht, Mikro bitte. Mikro. Sehr kleid. Danke. Danke.